Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star The Welly, wo wir erst mal mit Lea quatschen. Äh, nicht mit dem Kühlschrank, mit meiner Frau. Ich werde heute einen Spaziergang in der Natur machen. Ich muss raus aus dem Haus. Mach das, Knutscher. Was machen wir denn heute? Dann vielleicht erst mal Post lesen. Hallo mein Schatz, ich hoffe es läuft gut mit deinem Hof. Ich schicke dir eine Kleinigkeit aus meiner Küche. Ich hoffe sie ist nicht im Brief zerbröselt. Evelyn. Danke Evelyn. Guten Morgen Oskar. Zack. Zack. Oh, wir können ein bisschen ernten. Ich glaube es reicht nicht mehr, dass wir heute was anbauen. Ich glaube, die Ernte wird dann nicht mehr fertig. Ich bin mir da nie so sicher, aber ich möchte jetzt nichts verschwenden. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal so auslaufen. Einmal hier, gucken wir noch hier unten nach der Ernte. Einmal hier. Fleisch fertig, Kaviar fertig. Wir haben vier Kaviar einstecken. Äh, hier oben vielleicht rein. Zack, danke. Was baust du? Äh, irgendeine Marmelade. Okay. Können wir auch gleich mal gucken. Dann gucken wir hier nochmal drin, ob irgendwas fertig ist. Wie sieht es denn hier oben aus? Hier ist nur Lachsbärenwein fertig. Äh. Ja, wir brauchen eine Marmelade, aber die kriegen wir unten aus den Fässern. So, ich muss gerade mal vergleichen. Also, zack, zack, zack. 15, 15. Wow, das bringt also gar nichts. Den weiter zu verarbeiten. Dieses Buch, das die Sachen anzeigt, ist schon extremst cool. So, wir verkaufen ja für direkt dann. Zack, zack, zack. Ich verkaufe ich. Das Brot kann man auch verkaufen. Okay. Danke, Evelyn. Fies. Nein, ich kann das Brot nicht verkaufen, das Evelyn mir geschenkt hat. Riege ich nicht übers Herz. Oh, die Erdbeeren sind fertig. Das heißt, wir können aber Erdbeerwein machen. Das ist cool. Und wir können, äh, Erdbeermarmelade machen. Aber da müssen wir halt warten, bis eine... Bis ein Fass leer ist. Oder wir leeren halt eins. Oh, das finde ich jetzt auch Quatsch. Wir warten einfach. Zack. Riesen-Erdbeerernte. Ja, ihr habt mich gefragt, warum ich den Kirschbaum gestern nicht hier im Gewächshaus angepflanzt habe. Einfach, weil ich ihn draußen schön finde. Ich habe so eine Idee, wie ich die Bäume platziere. Und dazu brauche ich halt ein paar Bäume. Und dazu wollte ich die Obstbäume hinstellen. Und, ähm... Ja, deshalb habe ich den hier draußen gepflanzt. Nächsten kommen auch noch rein ins Gewächshaus. Aber die habe ich jetzt erstmal hier draußen. Weil, ähm... Die so einen kleinen Weg bauen möchte. Wenn das hier alles fertig ist. Und hier ein Weg aus lauter Obstbäumen. Der wird noch hier runter gehen wahrscheinlich. Damit wir hier auch nochmal ein bisschen zum Feld kommen. Das ist so der, der Plan dafür. Mal gucken, wie wir das alles, äh, lösen. Oh, der Tee wird jetzt angezeigt, dass er blüht. Oh, das ist natürlich stark. Und ich darf jetzt nur nicht vergessen, dass wir täglich hier den Tee ernten. Ah, wie cool. Einen verkaufen wir mal. Bei euch kann ich auch verkaufen. Eine hebe ich auf für die Marmelade. Cool. Gucken wir mal hier drin. Ah, wir können noch einen neuen Dino ausbrüten. Perfekt. Dann müssten wir bald mal einen zweiten Stall wahrscheinlich bauen. Ähm... In dem die Dinos dann ziehen können. Und die Enten. Ich will Enten und Dinos zusammen einen Stall legen. Und den Stall werde ich sehr wahrscheinlich... Ähm... Ich muss grad mal gucken. Hier oben platzieren. Und dann können die Enten in den Fluss hüpfen. Und ich hoffe, dass das klappt. Dann haben die hier ein paar Bäume zum Schatten. Dann wird der Stall wahrscheinlich hier platziert werden. So neben der Brücke. Das ist so momentan der Plan. Mal gucken, ob das... Äh... Das so wird, wie ich mir das vorstelle. Aber wir haben hier noch Zeit. Alles ohne Stress. Wie sieht's hier unten aus? Oh, hier ist ja sogar eine Marmelade fertig. Nee, das ist das Kokosnuss-Gelais. Perfekt. Das ist grad fertig geworden. Können wir das schon mal zum Waschbären bringen? Warten wir mal hin. Guten Morgen. Hab ich ja schon gemolken. Nee. Gelais, Kokosnuss. Zack. Gibt's hier aber keine... Warum hat denn die Kuh keinem Milch gegeben? Das ist ja außergewöhnlich. Wenn ihr hier draußen kein Gras zum Fressen habt. Du gibst Milch. Habe ich die schon gemolken, die andere? Ich glaube nicht. Ich bin verwirrt. Ähm. Zack. Zack. Wir müssten auf jeden Fall mal irgendwie ein bisschen Gras besorgen. Vielleicht kaufen wir noch welches. Machen wir denn mit dem Tee? Wir müssten mir auch einen Fass stecken, um grünen Tee zu machen. Vielleicht machen wir das auch gerade. Das hatte ich das letzte Mal gemacht. Das war ganz cool. Ähm. Oh, hier ist er richtig fertig. Zack, zack. Vielleicht machen wir hier gerade nochmal ein Fass. Das hat das letzte Mal sich ganz gut angefühlt, das so zu machen. Und da probieren wir das nochmal. Nicht da hin. Der grüne Tee ist eigentlich ganz cool. Der gibt auch Energie, den kann man verkaufen. Das ist ganz praktisch. Dann kommen die restlichen Teeblätter hier rein. Dann können wir nach und nach den Tee machen. Ich packe nochmal Gold hier oben rein. Das benötigt eine Kohle. Deshalb habe ich meine Kohle immer dabei. damit die nicht immer in das in die Kiste rutscht. Aber das ist natürlich super risky. Einfach aus Bequemlichkeit heraus. So wie alles aus Bequemlichkeit super risky sein kann. Ähm. Ich verkaufe dich. 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 Okay. So. Was ist der restliche Plan des Tages? Äh. Hier bei den Tieren waren wir schon. Hier mal wieder zumachen. Wir können nochmal ein bisschen gucken, dass wir den Hof ein bisschen gestalten. Wir gehen erstmal runter zu den Waschbären. Ach. Pferdestall bauen. Das war der Plan. I remember. I remember. Nee, dann machen wir das gleich. Äh. Ich gucke gleich nochmal, was wir dafür brauchen. Damit ich nicht zweimal laufen muss. Gucken, wie ich brauche. Früchte. Die getrocknete Kirsche, die dauert leider noch, liebe Leute. Äh. Pferdestall. Falscher Zettel. Das ist falscher Zettel. Hier, Pferdestall. 10.000 Gold, 100 Hartholz, 5 Eisenbarren. Hier holen wir uns gerade mal und dann geht es zu Robin. Wenn ich noch gar keine Idee habe, wo ich den Pferdestall hinbaue, wird sich zeigen. Wann bin ich eigentlich so langsam? Hat dieser Boost von dem, äh, von dem Buch auch schon wieder abgenommen? Ich bilde mir das aber auch einfach nur ein. Die Kartoffeln können wir gerade nochmal hier oben reinpacken. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Als nächstes müssen wir uns dann auf den Sommer vorbereiten mit der Ernte. beziehungsweise mit dem Anbau. Mal schauen, was wir da treiben. Auf jeden Fall Rotkohl. Gehen wir mal durch. Regenwürmer. Zack. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Hast du etwas? Äh, Hofgebäude errichten. Äh, hier. Äh, Gebäude bewegen. Gebäude bauen. Das ist eigentlich immer ganz cool, wenn das direkt hier neben steht, weil die Dächer quasi miteinander anschließen. Aber das passt jetzt natürlich gar nicht mehr. Ich kann es hier hinten hinstellen. Super umständlich. Da komme ich mit dem Pferd niemals raus. Ähm. Wo stelle ich den hin? Hier ist es natürlich immer praktisch, weil man dann direkt aufsetzen kann, wenn man rausgeht. Hier wollte ich ja auch noch irgendwas bauen, aber ich weiß gar nicht mehr was. Ansonsten müssten wir vielleicht den Pferdestall auch nochmal einfach verrücken. Hier ist das blaue Gras dann natürlich weg. Das wäre schade. Hier oben ist es so weit weg. Ah. Vielleicht müssen wir das blaue Gras ein bisschen opfern. Vielleicht. Vielleicht. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Pferdestall zu arbeiten. Danke. So, und was machen wir dem restlichen Tag? Wir können noch ein bisschen auf die, äh, in den, Stein-Quarry gehen. Wie heißt denn? Also, Quarry heißt auf Englisch. Steinbruch. Danke. Dann muss ich einfach nochmal eine Sekunde überlegen. Mal ein bisschen abbauen, dann können wir morgen vielleicht tatsächlich nochmal überlegen, ob wir in die Schädelhöhle gehen. Mal ein bisschen Iridium finden. Also, je nachdem, auch wie die Geister gesinnt sind. Müssen wir morgen mal schauen. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall. So eine Iridium-Spitzhacke. Die fände ich ja schon sehr, 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 sehr angenehm. Der Rest ist okay. Iridium-Spitzhacke. Lecker. Ähm, müssen wir die Bäume noch wegmachen. Verstarkt, dass wir jetzt endlich den Pferdestall haben. Ich weiß ganz viel, wie wir in das Pferd kommen. Müssen wir das doch noch kaufen? Bekommen wir das geschenkt? Läuft uns das zu? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm, bin gespannt. Ich bin gespannt, was da, ähm, wie das wird. Super viele Bäume, die hier wachsen. Unglaublich. Craziness. Ähm, einmal zurück. Push alte Stelle. Le Pam, U-Lauch. Ach so. Ihr habt gemeint, ich soll unbedingt ja mal bei George hinten am Fernseher langlaufen, bevor ich das wieder vergesse. Beziehungsweise gestern hatte ich mir keine Zeit dafür. Mache ich das jetzt mal? Bin gespannt, was passiert. Ich hoffe, ich ärgere ihn nicht zu sehr damit. Würde ich nicht wollen. Gar nichts passiert. Okay. Nicht mit der Axt hier rumfuchteln. Gar nichts passiert. Ich bin nicht wirklich ein Freund großer Worte. Besonders nicht gegenüber Fremden, wenn ich das sagen darf. Aber, George, guck mal, was ich für dich habe. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Das weiß ich doch, dass du ein großer Lauch-Fan bist. Aber hier passiert gar nichts. Das wäre echt auch besser so. Wusstest du, dass ich der beste Quarterback in der Schule war? Das ist wahr. Ey, Bandi, bist du es? Siehst du den kleinen Stern an meiner Jacke hier? Der beweist es. Hör auf damit, das ist ja eklig. Das wollte ich auch gar nicht machen. So Routine. Oh, neuer Auftrag. Ich habe gehört, dass es einen Schnaps aus Kartoffeln gibt, der wirklich rein hat, wenn du weißt, was ich meine. Könntest du mir zwei Fässer bringen? Ah, jetzt habe ich natürlich keine Kartoffeln. Doch, ich habe, glaube ich, noch Kartoffeln. Ich habe eine Idee. Es ist eine Menge Müll im Wasser. Warum fisch ich mir nicht ein bisschen heraus, um das Tal zu verschönern? Und das machen wir. Wir angeln Müll aus dem Fluss. Oder oben aus dem Bergsee vielleicht. Das ist doch schöner. Das ist doch eine gute Challenge. Danke, Linus. Und das gibt es hier noch? Ich brauche Kokosnuss. Okay. Mal gucken. Einmal zum Bergsee. Dann angeln wir da noch ein bisschen. Zack. Oh, nochmal Regenwimmer. Und dann geht es zurück. Ähm. Wir haben da 20 Abfallstücke. Werfe den Müll in die Recyclingtonge hinter dem Bahnsteig. Okay. Aber 20 ist eine ganze Menge. Warten wir da vielleicht lieber auf unserem Hof angeln? Ist da nicht der meiste Müll drin? Mal gucken. Wir probieren es hier einfach mal aus. Es empfiehlt sich dann vielleicht auch ohne Böder zu angeln, oder? Wir sagen, wir angeln hier mal ein paar Stunden und dann gucken wir nochmal, wie das auf unserem Hof aussieht. ob wir da nicht, äh, schneller mehr Müll bekommen. Die Neige. Apfel. Was, noch ein paar neue Ideen? Oh, wir haben Angeln Stufe 10 erreicht. Stark. Oder? War Stufe 10. Ja, perfekt. Bei Müll hole ich hier gar keinen raus. So ziemlich sauber, der Bergsee. So viel es sein soll. Ja, gehen wir mal zurück auf den Hof und probieren es da nochmal. Ist das tatsächlich die Beschleunigung, die man durch das Buch noch hat? Ich fühle mich so langsam schon wieder. Hat man sich so schnell daran gewöhnt? Das ist ja auch krass. Dann ist denn der Buchhändler wieder da. Ich hätte gern das zweite Buch davon. Oh, hier ist nochmal Regenwimmer. Möchte Saat. Wir machen erstmal schnell das Inventar leer. Hier sind die Goldbarren fertig. Und der grüne Tee. Direkt einmal verkaufen. Nächster Tee rein. Perfekt. Einmal raus mit euch. Ihr kleinen Gold-Tracker. Hier rein mit euch. Der Fisch kann hier rein. Zack. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Okay. Dann nochmal hier angeln. Vielleicht nicht hier. Wo ist denn hier Gutwasser? Hier. Zählt das denn, wenn wir hier den Müll rausholen überhaupt? Rechne das dann überhaupt. Jetzt kriege ich einen Fisch. Natürlich bekomme ich jetzt den Fisch. Raulbarsch. Schon schick, die Iridium-Angel. Schöne Farbe. Müll. Okay. Ah, echt jetzt? Zählt. Perfekt. Ich glaube, hier ist halt wesentlich mehr Müll drin, als in den anderen Gebieten. Hier habe ich ja ständig immer Zeitungen, Müll, Doja-Dosen. Ich weiß ja nicht, was der Großvater hier immer alles reingeschmissen hat. Braucht ihr nicht mehr? Ab ins Wasser. Perfekt. Hier ist das Stück jetzt schon. Zack. Ich würde sagen, morgen gucken wir mal, wie die Geister gestimmt sind. Und ansonsten angeln wir weiter oder wir legen hier nochmal ein bisschen Boden. Damit das hier auch ein bisschen weiter geplant werden kann. Mach mal Müll. Wir haben auf jeden Fall morgen was zu tun. Ich kann Robin noch ein bisschen bei der Arbeit zusehen. Raulbarsch. Es wird spät. Ja, wir gehen auch gleich ins Bett. Perfekt. Nochmal, Kaubasch. Komm, wir gehen ins Bett. Du hast deinen letzten Köder verbraucht. Perfekt. Dann können wir jetzt die Deluxe-Köder benutzen. Ich bringe die Sachen gerade schon mal hier rein. Noch ein Tee fertig. Das ist ja krass. Ich würde dann Louis mal schenken. Der liebt den grünen Tee. Hier rein mit dir. Hier rein. Den Müll können wir auch schon mal hier rein packen. Zack, zack. Die Grünalge habe ich jetzt vergessen. Egal. Einmal verkaufen. Einmal ins Bett. Lea, mein Schatz. Ist so laut. Ich schlaf schon. Okay. Okay. Angeleffektivität plus eins. Herstellungsrezept Magnet. Und mehr Schaumpudding. Mehr Schaumpudding ist so gut. 18.000 Gold. Nice. Crazy. Hier, die Erdbeeren. Die sind der Hammer. Das hat sich so gelohnt, die im Gewächshaus anzubauen. Sehr gut. Okay. Wir schauen direkt mal, wie die Geister gesinnt sind. Also wir gucken erst mal hier. Dann gieße ich hier, bevor ich das vergesse, unsere liebe Tomatenpflanze. Ich hoffe, du hast deine Schritte geübt. Morgen ist der Blumentanz. Uh. Stark. Wahrsager. Die Geister sind heute gut drauf. Das ist stark. Perfekt. Dann wissen wir doch, was wir heute machen. Ich dachte, ich gebe dir dieses Rezept, das ich rumliegen hatte. Versuche es nicht zu verbrennen. George. Gebratener Aal. Stark. Morgen treffen wir uns im jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist, Bürgermeister Lewis. Ich hoffe, dieses Jahr wird Lea mir keinen Korb geben. Das wäre schon grausam. Was? Nein, ich will nicht mit dir tanzen. Du bist meine Ehefrau. Ja, das heißt nicht, dass ich mit dir tanzen will. Das stimmt. Ah. Das wird trotzdem hart. Aber zum Glück habe ich keine Gefühle, die verletzt werden könnten. Ach, das ruhig alle so. Okay, wir gucken erst mal hier. Okay, du hast gestern schon gegeben. Ich erinnere mich. Zack. Bist du jetzt draußen oder bist du drin? Bist hier drin. Wo ist die Milch? Zack, zack. Dann. Ich verkaufe dich. Dich. Nicht dich. Dich, dich, dich. Dich. Zack, zack. Mayonnaise. Wie oft kommen die Erdbeeren jetzt? Wie oft wachsen die jetzt? Vergessen, wie oft die kommen. Wir gucken gerade nochmal rein. Heute noch nicht, aber die Sommerkürbisse. Und eine Erdbeere noch. Perfekt. Und da sind nochmal, da sind nochmal Erdbeeren. Nicht nur eine. Das ist ja doch gelohnt, hier reinzuschauen. Ich glaube, das nächste Mal ernten wir die, wenn die alle dann, äh, bekommen sind. Wenn ich ständig da hin und rein rennen müssen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Den Rest packen wir gerade mal. Wieder hier rein. Ich muss den grünen Tee noch ernten. Das machen wir gerade nur, bevor ich das vergesse. Und dann können wir nochmal Müll angeln, bis es 10 ist. Und wir dann in die Höhle gehen. In die Schädelmühle. Schädelmühle. Schädelmühle? Ich glaube, es heißt Schädelmühle. Das hier im Berg ist die Mine. Und das andere ist die Schädelmühle. Aber ich verwechsel das ständig. Okay, äh, hier rein. Hier rein. Komm, dann packen wir gerade mal hier den Kaviar-Kram rein. Ja, zack. Hier hin. Nicht, nicht, nicht hier drauf hauen. Hier kommst du rein. Holz, Steine. Das Brot können wir mitnehmen. Dann packe ich hier gerade mal, packe hier gerade mal die überschüssigen Sachen rein. Dich, 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 Dich brauche ich jetzt nicht mehr. Du kannst hier mit... Dich esse ich wahrscheinlich gleich sogar. Wir könnten auch mal Bomben mitnehmen. Vielleicht wäre das sogar ganz unterhaltsam. YouTube-Videos müssen hier immer absolut unterhaltsam sein. Elf Stück haben wir nur. Nehmen wir aber hier mal einen mit. Dann können wir ein bisschen länger bleiben. Nehmen wir die Bomben mit. Lohnt sich das? Böse deine Explosion aus. Pass auf. Hm. 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 Nee, komm, wir nehmen keine Bomben mit. Die sparen wir, wenn wir wirklich einen Run machen, wenn wir sehr viel Glück haben. Ähm. Dann ist das mir so lieber. Okay, äh. Es ist schon gleich neun. Äh, zehn. Der Angel lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Deswegen habe ich die Angel gar nicht mehr einstecken. Ah, selbst ausgedrückt. Nein, ich habe auch keine Gießkane mehr. Oskar, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wir können ganz kurz... Ich muss doch ganz kurz nochmal schauen. In der Stadt. Weil mich interessiert, wann der Buchhändler wieder da ist. Übermorgen. Okay, cool. Weil dann würde ich doch vielleicht das zweite schneller laufen Buch noch holen. Ich habe das Gefühl, der läuft schon wieder, wie gesagt, sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Mal gucken. Hallo, Pam. Gerne ein Ticket. Vielen Dank. Regenwürmer. Ich gucke auch mal nach euch. Vielleicht habt ihr ein cooles Relikt. Kokosnuss. Die können wir heute wahrscheinlich nicht mehr abgeben. Ich nehme sie jetzt auch nicht mit. Oh, hier ist Action. Oh, wir haben ja gar keine Sacke mehr. Ah, da habe ich so ungern mein Werkzeug nicht dabei. Aber ich verstehe, dass es sinnvoll ist des Platzes wegen. Okay, wir legen los. Iridium. Uh, fängt gut an. Danke. Oh, das habe ich überhaupt nicht angekündigt. Normalerweise schreist du doch wenigstens. Na, komm. Danke. Also, wir essen direkt auch mal hier den würzigen Aal. Fuck. Jetzt brauche ich Plumsi und... Sprossi. Ich habe auf gar keinen Fall kurz seinen Namen vergessen. Sprossi. Plumsi ist irgendwie eingängiger als Sprossi. Sehr guter Name. Aua. Aua. Oh Gott. Wenn ihr mich jetzt schon platt macht, lasst dich aus. Wenigstens Ebene 1 würde ich überleben wollen. Sprossi. Mein Freund. Zack. Sprossi. Danke. Ich habe dich niemals vergessen. Glaubt nicht, was Vergangenheitszlub vor 10 Sekunden gesagt hat. Manchmal labert der einfach nur Mist. Ich brauche den Schleimschameuring. Bitte, bitte, bitte. Ich habe vergessen, wie stark Schleine sein können. Oh, Iridium. 4 Erz. Nice. Wir essen auf jeden Fall was. Können wir essen nochmal das Brot von Evelyn? Danke. Den Pilz. Was soll man mitnehmen? Das müssen wir hier kämpfen. Den violetten Pilz aber auf jeden Fall. Danke. Jetzt hier so eine Iridium-Spitzhacke. Ich saß euch. Das wäre ein Geschenk. Oh, dann nehmen wir mit. Gucken gerade hier nochmal nach Sprossi oder Plumsi. Ich habe gesehen, es gibt eine Mod, die zeigt an, wo Löcher oder Leitern unter den Steinen sind. Das finde ich aber schon sehr, sehr, sehr schummelig. Macht man das so? Schummelig? Ich denke schon. Einmal lesen. Das ist Sam, Einkaufsliste für die Feiertage. Was alle mögen. Sebastian, gefroren mit Rehn, Sashimi. Penny, Smaragd und Mohn. Vincent, Weintrauben, Preiselbeersüßigkeit. Mama, knuspriger Barsch. Pfannkuchen. Papa, Risotto, geröstete Haselnüsse. Ich, Kaktus, Aohanriegel, Pizza. Oh, Plumsi. 15 Ebenen, 6. Das ist doch gut. Okay. Ich mag die Mumien einfach nicht, wenn ich keine Bombe dabei habe. Oder es gibt ja noch diese Erweiterung, dass dein Schwert... Napalmring ist das. Nicht, dass dein Schwert, sondern ein explodierend Gegner, wenn man sie tötet. Und das ist super cool, wenn man gegen Mumien kämpfen möchte. Napalmring, glaube ich, heißt das Ding. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Aua! Okay. Einmal schauen, was wir essen. Danke. Immer schauen. Nix. Eisen. Ah, Sprossi. Danke. Jetzt hier eine Bombe. Vielleicht hätte ich doch einfach ein, zwei Bomben mitnehmen sollen. Nur für den Notfall. Naja, gut. Die Energie wir noch haben. Gut, wir haben auch schon ein bisschen was gegessen. Ach, das ist unsere Spitzhaken-Effektivität. Aber das ist so gut geworden. Und einfach nur wohlgenähert. Zack. Rossi, Plumsi, wo seid ihr? Komm zu mir, mein Junge. Oh, sieh, Plumsi, ich bin hier. Warte auf euch, mein Freund. So ein 80er-Jahre-Heimat-Zeichentrick-Film sein. Von der Melodie her. Gott. Hier habe ich ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Aber, okay. Gut gelöst. Kann man was essen? Ja, lieber. Lieber so, als einfach gleich bei Harvey wieder zu landen. Endlich kündigen sie sich mal wieder an. Komm her. Aua. Danke. Uh, Kristallschuhe. Diese funkelnden Schuhe werden deine Füße sehr gut schützen. Plus 3 Verteidigung, plus 5 Immunität. Beide gleich viel wert. Was ist denn besser, Immunität oder Verteidigung? Was ist denn eigentlich der Unterschied? Das interessiert mich gerade mal. Geht es dann um eingeschleimt werden oder sowas? Immunität. Immunität ist ein Wert, der die Wahrscheinlichkeit bei Einfluss von einer Statusveränderung betroffen zu werden, wenn der Charakter von einem Projektil mit statusveränderndem Effekt wie den Projektilen des Schattenschamans getroffen wird. Okay, ich finde, ich glaube, Verteidigung ist für mich besser als Immunität. Wie sehen die denn aus? Sehr schick. Sehr schick. Aber ich glaube, trotzdem ist Verteidigung besser für meinen Spielstil. Würde ich mal als steile These in den Raum werfen. Na komm. zur Ebene 15 würde ich schon ganz gerne eigentlich schaffen wollen. Vielleicht haben wir nochmal Plumsi, der uns hilft. Bitte nicht mich angreifen. Danke. Hier, Sprossi wenigstens. Oh, hier ist doch bestimmt was. Okay. Ossi, Plumsi, seid ihr hier? Nein! So eine Riesenansammlung von Steinen. Omnigiode. Noch eine Omnigiode. Cool. Aua. Danke. Iridium kommt, glaube ich, halt erst... Oh! Oh, wie cool. Ich habe vergessen, wie ihr heißt. Danke. Ja, wie heißt ihr denn? Ich habe euch in der letzten Staffel ewig lange suchen müssen am Ende. Weil ihr so selten seid. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ah, wie ärgerlich. Wo ich euren Namen, glaube ich, sehr oft gerufen habe. Eigentlich müsste das irgendwo in meinem Gehirn sehr deutlich vergraben sein. Vergraben, aber eigentlich leicht zu finden. Aber gar nichts. Mal mitnehmen. Ah, einmal hier noch die Kiste öffnen. Nix. Okay, wir sind sogar Ebene 16. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist ja cool. Ich denke, es ist cool, Melodie. Direkt. Direkt copywriten lassen. Ich bin einfach Musikproduzent. Vielleicht ist das meine Leidenschaft. Meine bisher unentdeckte Leidenschaft. Erstmal hier weitermachen. Übrigens, sehr cool, dass ihr schon so fleißig auf meinem Zweitkanal unterwegs wart. Ich habe das ja gestern kurz mal in die Community reingeschrieben. Das ist jetzt ein Zweitkanal. Den habe ich schon länger. Ich versuche den jetzt gerade nur so ein bisschen mehr zu pflegen. Halt einfach so mit witzigen Demos, die ich gefunden habe. Oder mit Spielen, die ich mal gespielt habe. Wo ich denke, ah ja, cool. Kann man nochmal kurz reingucken. Gerade so Early Access Sachen. Was hat sich da ergeben? Wie sieht das jetzt aus? Finde ich ganz spannend. Haben wir gestern mal kurz Tiny Glade angespielt. Sehr witziges Spiel übrigens. Kann man kleine Schlösser bauen. Sehr, sehr intuitiven und sehr... Ich möchte sagen... Knuffigen Traffic. Aber wirklich intuitiv zu steuern. Das bauen. Braucht man immer so kleine Details noch auf. Kann ich sehr empfehlen. Auch mal die Demo-Runde zu laden, selbst zu spielen. Ich glaube... Das ist einfach so eine nette, nette Beschäftigung nebenher. Schaut nicht lange. Kann man schnell schöne Sachen bauen. Noch schöner anschauen. In Ego-Perspektive mal durchlaufen, wenn man das möchte. Das ist ein sehr cooles Spiel. Wir machen mal hier mal weiter. Sei gegrüßt, Slurp. Hast du mein Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden? Ich freue mich schon auf dich. Hi. Hab ich. Hab ich? Glaube ich. Das war doch, dass wir die Batterie da reinstecken mussten. Oh, hier ist Spossi. So, Ebene 20 wäre ja schon noch cool, wenn wir das schaffen. Mal gucken. So, vielleicht nochmal Plumsi oder sowas finden. Plumsi wäre schon super. Wo haben wir denn? Halb 10. Noch genug Zeit. Ebene 20 sollte drin sein. Wir haben jetzt gesehen, wie ich ihm ausgewichen bin und dann direkt reingelaufen. Sehr stark. Ah, hier ist Spossi. Wir gucken trotzdem nochmal gerade, ob hier irgendwie noch was Cooles rumliegt. Wartes mal mitnehmen. Oh, hier laufe ich nicht mehr lang. Okay. 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 Müssen wir morgen auf jeden Fall mal zu Clint die ganzen Omnigioden öffnen gehen. Hier die mysteriöse Kiste. Oh, echt ne Ring. Ne Ring-Ebene. Muss das sein. Muss das sein. Brauchen unbedingt die Iritium-Argst. Äh, Spitzhacke. Das ist ja anstrengend. Oh, Plumsi. Fünf Ebenen. Nice. 24. Wir hier abgehen. Hätte gerne noch. Jung. Das würde mich sehr freuen. Oder natürlich eine prismatische Scherbe. Würde ich auch mitnehmen. Würde ich nicht Nein sagen. Noch ne Ring-Ebene. Aber wenn ich denke, dass wir auf Ebene 100 müssen, muss man halt echt sehr viel besser gepackt mit reinkommen. Ich möchte jetzt aber gerade mal eine Treppe bauen. Das ist mir jetzt hier gerade so mühselig. Ich mag diese Ring-Ebenen einfach gar nicht. Oh, oh. Okay. Das war, äh, äh, interessant. Danke dafür. Oh, hier ist Sprossi. Hier ist Iridium. Ah, das ist doch schön. Schöner Abschluss. Wir gucken gerade mal, ob hier noch mehr Iridium rumliegt. Ja, aber die ganzen Kisten wären natürlich nochmal interessant zu öffnen. Dann vielleicht noch mal eine Ebene nach unten. Ah, zwei, äh, Magma-Geioden. Dann gucken wir nochmal hier, ob hier nochmal irgendwie Iridium rumliegt. Hier ist nochmal Sprossi. Ah, 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 ah. Jetzt kommt die Gier. Da ist Iridium. Können wir irgendwo hier Iridium? Oh, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Nein, okay. Ja, aber cool. Neun Stück. Robin arbeitet immer noch. So fleißig. Oder sie will nicht nach Hause. Kann ja auch beides sein. Äh, wie viel Iridium haben wir denn jetzt? Zwölf. Dann können wir nochmal zwei Barren machen. Naja, natürlich brauche ich die Kohle. Okay, äh, dann. Haben wir eine Bombe gefunden? Oder habe ich nur eine mitgenommen? Ah, eine hatte ich mitgenommen. Hätte ich mal benutzen können. Das wäre smart gewesen. So, hier nochmal rein. Grünzeug hier rein. Okay, äh, ich gehe ins Bett. Das ist mir sonst zu knapp. Und da kann der mehr erzählen. Perfekt. Äh, ihr kommt noch hier rein. Und dann schnell ins Bett. Cool. Ja, aber zwei Iridium waren. Dann haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile drei. Wir brauchen fünf. Dann haben wir aber die Schwitzhacke. Nice. Mit der Schwitzhacke wird es so viel einfacher. Nochmal in der, in der Schädelhöhle. Ich habe Höhle gesagt. Oh, wirklich. Alles klar, liebe Leute. Ansonsten, äh, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Touren, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Äh, wenn ihr neue Seiten Spaß hattet, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Das wäre auch großartig. Und ansonsten, äh, checkt vielleicht meinen Zweitkanal mal aus. Ich werde ihn jetzt gleich hier wahrscheinlich so verlinken. Und, äh, ansonsten, habt einen schönen Tag. Habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt anständig. Und, ciao.